Musik 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 Ja, Instant, wir sind Rotter Instant, grüßt euch Grüßchen Wieder am Schlüssel Musik Vorsicht Lade nach Achtung Nein, nein, nein Habe ich Hinter mir, hinter mir Da ist der Hunter, 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 Hunter Ich kann nicht, ich leag Hey, komm schon Aufstehen Komm, das schaffen wir Leid, leid, leid Alter, hoffentlich Komm, wir wundeln jetzt hier hin und dann sind wir Haufenblech Also wie gesagt, wenn das 10 Stück jetzt gleich vorbei ist Hängen wir es mit ran Definitiv Was ist denn das für eine Scheiße, ne? Natürlich, aber es kommt schon ein hessisches Dreckvieh noch von der Seite, oder was Oben, von oben, ich sei Ekelhaft Wir schießen doch nicht aufeinander Nein Nein Hier, hinten, Freunde Wart mal jemand Danke Hinten ist ein Smoker noch Ja, losen wir jetzt, aber Ich hab schon Lock mal auf Faxen Alter, was sind die aus den Asten Das ist nicht wahr, oder? Habt ihr gehört? Was? Wir sind die aus den Asten Ehrlich? Wo? Ja Das ist ja wohl noch nicht das Ende Ich bin ganz gut Hier vorne Hey Smoker, warte Gypsy Das gibt's doch nicht Dieses Scheiß Ding von vor uns, das Micho hatte Das ist zum Kotzen, Alter, echt, ey Wenn du jetzt nicht langläufst, liebende Leichen Stimmt, ja, ich seh's, ich seh's Schatzle, beschützt uns Was ist jetzt eigentlich, was ist das? Was ist jetzt eigentlich, was ist das besser? Also ich kann nicht schneller laufen, ne? Es geht einfach nicht Nee, das macht ja nix Hatte nicht mal Zeit, dich kennenzulernen, Coach Ich nehm die Shotgun Well, jetzt kommt noch irgendwas, ey Ich will doch nur echt endlich heben Da ist noch ein Trainer Der ist weg Nicht so schnell, Leute Ich bin nicht so schnell Ich hab nur eh Prozent Stimmt Oh, Barmuth, komm her, stimmt dich an Orgen Komm Geh nie wieder auf dem Boot Weil ich will nie wieder an Land Bleib auf dem Boot Ich hab keinen Bock, dass jetzt noch irgendwas kommt Es reicht einfach nur Ja, es kommt noch was, Dinges Die Meute aufgewickelt, das war Oh Oh, das war's Oh, das war's Oh, das war's schwer Oder Hilfe, Hilfe, alle Da kriege ich hinaus Just jetzt,� olde De非 je zu hell Schleist jetzt hin Ich will jetzt endlich heben, ey Es reicht jetzt Endgültig, ey Ja, also das ist schon Das Land ist Platt ich will doch nur irgendeinen Schutzraum haben ich seh'n ich glaub ich seh'n Schutzraum dort hinten oh ich seh'n oh ne das ist mein scheiß Fadenkreuz das ist so scheiße blau alter lass mich in... okay ich bin down oh ja ich bin alleine noch da ho 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 oder ja und nun? Na immer weiter der Nase nach na hier geradeaus kann Sch located hintenin hinten kommt n' Boom und hast verloren das kommt noch so scheiß tief dooo das ist unmöglich ey Scheiße Scheiße aber jetzt habe ich wenigstens Schrot am Anfang er liegt mit Schlüssel und gehen ich habe ich wurde ich habe und schuld es kann sich auch an der Stuttgart aber keine Schrode ich habe hier die Medikaschaft mitgenommen Ich denke, ich cut mich. Passt auf! So, Freunde, jetzt mal von wegen durchrennen ohne Cut. Das wird eine Silent Hill Spitalfolge und zwar heisst die Leck mich am Arsch. Aber wieviel Pisser kommen denn hier? Was soll denn der Scheiß? Ja, genau. Ich habe der automatische Schroflinde, der automatische Schroflinde hier hinten. Hier hinten bei mir. Hier hinten bei mir ist der automatische Schroflinde. Das gibt es aber überhaupt nicht. Hier hinten, Freunde, ist der automatische Schroflinde, die schneller schießt. Aber da brauche ich. Ja, die brauche ich nämlich auch. Alles klar, ich hab's. Ey, Hatzle hat Schnellschuss und das ist so gut so. Ja, ich denke mal, das bleibt. Oh, bleibt auch. Oh, Schnellschuss ist gut. Oh, sehr gut. Pass doch auf! Entschuldigung! Da war schal allein. Hast du 15? Hier ist eine Doppelpfiste. Aufm Auto bei mir hat's nur so'n scheiß Harns aufgelöst So wie bist du? Hab mich? Dankeschön Hab ich noch nicht Jass Geschichte, der leckt mich nicht mehr am Arsch, alter Hier hinten feinten so viele Zombies, wie bekloppt muss man sein, alter Ich hab jetzt echt, ich bin echt in Rage, kotzt mich alles an hier grade Geht weg hier, alter Ach, verpickt mich ja, los Erschwindet, ey Wenn ich mir sag, wohin, dann mach ich ja... Rage-Folge, Monik Was? Rage-Folge Die Wut-Folge, die Wut-Folge, kriegst du Käse Leck mich... du bestischer Jockey, alter Fick ich... das ist lieber, ne? Danke Bitte Julie Was!? vidéos Lenden Da kommt ihr als Feelward Mutation verschwinkt und einfach jetzt lofen hier Grrr... Ab dich und der Muddy habe ich so'nскиться jetzt Khk Lenden Hier ist das Flusse, alter ich schicke hinten den raum wegen mediklinien alles das sind bestimmt welche brauchst du aber nicht zu checken weil du hast mal einen medikit so bin hier drinnen hier gibt es auf jeden fall medikit doppelpiste und ansonsten nix doch hier hinten noch ein medikit ein zweites das habe ich schon nicht gewusst ich dachte hier war nur eins drinnen smoker ist hier oben smoker hab ich hoch und dann weiter hat sie los kommt alle mal in der ecke hier und nicht so alle verstreut das ist doch scheiße ist bestimmt die schlimmste welt ever und ever und ever so boomer und charger habe ich hier unten kein problem alles gepatcht mhm äh lass sie in ruhe komm hier oh da die schnalze du blöd ist die ladenach wo ist denn die wo sitzen die oh die sitzt genau vor dem eingang ne oder ne der maul toll ja doch dann dann komm 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 wenn ich das wenigstens hatte ich dachte ich mach das jetzt einfach mal ladenach jo dann ladenach so wie gesagt also wenns ne äh wenn man nicht drumherum kommt wegen angreife immer der da am wenigsten hat meistens der da eine der am meisten hat das ist ja quatsch ohja daしょ so komm komm und warte ich lauf ja schon ne drücken oder sowas das klingt wie n hessischer zombie hier irgendwas genau das klingt wie n hessischer zumbie oder irgendwas genau hab ich mir hier geschwommen mal nebenbei die tabletten kann ich gebrauchen wir sind auch nochmal tabletten Dolfi nimmt die tabletten Ich hab's ja schon. Also, hallo, hallo. Klingt echt nicht gesund, ne? Ne. Also meine Munitione ist voll. Meine ist auch voll. Aber wie voll? Ja, das kann ich aber ganz schnell ändern und das wisst ihr. Ja. Leider. Schnelldurchlauf jetzt, ja. Schnelldurchlauf. Einfach... Ich weiße, das war wohl nix. Einfach nur dort lang, wo wir müssen und in keine Ecken gehen oder sowas. Ja. Einfach nur hier hinten zu dem scheiß Dreckszaun und dann durch und dann gar nicht erst hier hinten befassen. Scheiß egal ist das jetzt. Interessiert nicht. Treppe hoch. Vorsicht, da ist ja die... Ne, ist nicht immer da, erzähl nicht. So, jetzt hier rüber, gleich durch die Tür, durch. Gleich voll durch. Hier rein, Munition und Mediket holen. Munitione hab ich. Gut, raus. Und jetzt... Wer hat am wenigsten der Klausi? Klausi, los runter. Aber ich geh auch mit runter. Ja, ich geh auch mit runter. Aber erstmal... Ja, ich... Ich bin runtergefallen, ich lieg hier hinten in der Ecke. Sinnlos ist das, ey. Diese Scheißlevel kotzt mich an, ey. Ducky, Ducky. Ducky, Ducky. Ducky, Hunder, Skowbo. Alles. Alles. Komm hier hin, oder so, ja. Aber irgendwie jemanden, keine Ahnung. Und dann jeder, der braucht nen Mediket nimm. Hilfe! Ey, das sieht schlecht aus. Das ist zum Kotzen nur. Nur, weil ich hier rumgefloren bin, ey. Kotz dich einfach nur an, dieses Zeiss-Dreckslevel, ey. Ich heil mich. Ich muss heilen! Ey, Opate, komm mal her. Wer braucht Pillen? Wer braucht Pillen? Ich hab Opate meine Pillen gegeben, dass er aus Maggi nimm. Da, gibst, gibst Gypsy. Nee, Gypsy, ne. Hörst du die ganzen Pillen? Nimm jetzt die Pillen. Ja, bin unterwegs. Und hier vorne gibt's Tunevich. Ja, toll. Macht doch Klausi klar. Alles klar, geht los. Hab ich, gut, alles klar. Ich krieg dich hin, aber wenn's dich wieder erwischt, ist's aus. Klausi, wenn's da nimmer geht, dann kriegst du mal ein Mediket. So, jetzt los, komm einfach los. So, es kommt, 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 kommt! Ja, wie denn? Ich komm von hinten, äh. Ich komm von hinten, äh. Ist zum... Ich kam nicht weg hier, oder? Gebt man, Klausi, jetzt ein Mediket hat's ja. Ich bin schon tot, hatte ich doch nicht. Geht weiter, geht weiter. Weiter, weiter, jetzt, schlönigst. Ich hab noch Pillen, das Endschirper schon hab. Ich kann da nicht mehr durch. Hattest du halt noch ein Mediket zu, ich nehme es jetzt, ne? Ja, die fliegen gleich runter, ich weiß, es interessiert mich ein Scheißer. Ich hab die aus der Endschirper knallen, oder nicht. Hattest du? Gut, mit einem Strott. Ja, klar. Ja, schocken wir auch trotzdem. Ja. Ja. Obwohl noch weh ist, ne? Ja, übes krass. So, hier müssen wir jetzt schießen. Geht nicht anders. Wir müssen das Zeug loswerden. Oh Gott, ich will. Hier drüben, hier drüben. Hatzel, komm mit! Nicht auf mich schießen! Komm schon, komm schon. Wir drüben, ich... Smoker, Smoker ist klar, Smoker ist klar, weiter geht's. So, jetzt er passt auf. Ach, jetzt kommt da die Meute, alles klar. Gut, okay. In die Ecke wo keine mehr kommt, in die Ecke wo keine mehr kommt. Was ist los? Ich dachte, da wäre was zwischen uns. Ich dachte, da wäre was zwischen uns. Jetzt weiß ich genau auch, woher du ziehst. Erledigt. Also, Hunter, Hunter, Hunter! Habe ich, habe ich, habe ich alles schon. Geht, kein Problem. Nein, wir haben das Leben noch. Hier hinten... Gut, okay, weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Okay, ich habe jetzt noch 10 Schuss im Lauf. 28 Munition und 1 Forts im Lauf. Warte, 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 warte auf Hatzel, hier. Ich muss sagen, Hatzel heil dich, Mord. Hier, nee, Pillen. Nimm. Das wird eine Weile reichen. Los geht's. Warte, ich glaube, wir sind... Ja, wir gehen mal hier lang. Ja, dort musst du auch lang. Ja, dann schluchten wir. Hier sind wir nämlich schon gestorben, dann. Hier, an der Seite, wegknallen die Dinger. Hier, die Clipper, Alte. Ja, ich holen, ich holen, kein Problem. Alles gepatcht, ich holen. Alles klar. Raus... Äh, erstmal rein hier, erstmal rein hier. Schützen, schützen, erstmal rein hier. Schützen, erstmal rein hier. Schützen, erstmal rein hier. Schützen. Habe ich gerade, ne? Hier, ich hab's. Danke. Okay. Okay, Problem. So, jetzt raus und dann erstmal gucken und dann Meidrow. Ja, genau hier drüben, wo Chipsy dann läuft weiter. Ich hab keine Munition oder sowas nicht falsch. Ne, leider ne. Und das ist genau... Und jetzt müssen wir nämlich... Wir sind fast am Ende, weil das ist die Stelle, wo der kranken machen drinnen stand in der normalen Welt. Achtung! So, kommt jetzt, los geht's. Hier drüben hin. Mach vorsichtig hier auf die Gänge. Vorsichtig. Da ist er abgesperrt. Trotzdem. Du wehst, was uns hier erwornt. Das ist Silent Hill. Weg! Ach du Scheibe, wollt ihr mich verorschen? Weh, Tanks. Oh ne, Tanks. Das hängt jetzt hier so tot, oder was? Ja, das hängt ich schon tot. Ich hab voll mein ganzes Schrot auf den losgelassen. Hier vorne ist der Schutzraum. Ja, ich weiß. Nee, schiebt sie auf und dann in den scheiß Schutzraum rein. Schluss jetzt. Da ist der letzte Weg um hier. Bin ja schon nur unterwegs gewesen. Alter. Boah! Ha 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 ha! Ist... Ibelst geil, Alter. Also ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hab den Schnauze voll. Ha 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 ha. Wir haben's Baben satt. Auf jeden Fall. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Jo, haut rein, Leute. Wir sehen uns bei der zweiten Seite. Tschaui. Ja, tschüss.